Ich muss ja ganz ehrlich sagen, jetzt zum Geburtstag von Monsoon, wir haben auch noch große Partys gemacht. Heute mache ich Eis essen mit meiner Kleinen und meiner Frau und jetzt bin ich im Garten und springe in den Rasen. Ja, so ändern sich die Zeiten. Aber vielen Dank für alle Glückwünsche, Kommentare und Storyerwähnungen habe ich alle gesehen. Vielen, vielen Dank. Es ist echt krass, wie die Zeit vergeht, aber es geht auf jeden Fall weiter und darauf freue ich mich. Und bald demnächst ja dann auch mal wieder live.